Okay, ihr habt bestimmt alle ne ganze Weile im Dunkeln getappt. Was ist dieses Comeback, von dem alle sprechen? Das ist das Comeback von der Sekte. Meine Gang, Alter. Am 6.11. ist es soweit, Alter. Am 6.11. kommt das Comeback, die Sekte, das Album. Langer seht, heiß erwartet, am 6.11. ist es soweit. Ich habe mein Album gemacht und jetzt sehe hier das sensationelle Fotoshooting dazu. Also, ich würde ja fast sagen Bombe, aber mit den Panzern hier ist es vielleicht der falsch aus. Lass mal losgehen hier, Alter. Du, bist du online? Bist du online? Bist du online? Heute, vorbei. Morgen, Freude. Achso, ich tätowiere jetzt Murat Aslan. Murat Aslan hat noch kein Tattoo überhaupt. Ich habe die Ehre, ihm das erste Tattoo seines Lebens zu machen. Drei Punkte auf dem Fuß. Ich habe die Ehre. Er hat die Schmerzen. Und Nosegates. Aber der hält was aus. Ich weiß das. Ah! Das ist geil. Hält man aus, oder? Das ist geil. Oh nein, ich habe wieder einen. Beifiziert mit dem. Na, wir haben noch drei Punkte. Oh, eine Sechste habe ich dir gemacht. So, äh, der Herr Aslan ist jetzt fertig mit seinem Tattoo. Also ich bin fertig mit seinem Tattoo. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen rüber desinfizieren. Nachher. Vorher habe ich es nicht desinfiziert. Und ich habe dieselbe Nadel genommen wie Bobby. Blutsbrüderschaft haben Sie jetzt geschlossen. Wie wollen wir einen Hund aus der Nadel schaffen? So. Da muss ich nochmal ran. Sehr gut, oh. So. Ja, Dankeschön. Bitteschön. Bitteschön.